Mein Name ist Kerstin. Ich bin Fitnesstrainerin und Coach für verschiedene Trainingsmethoden. Mein Fokus liegt auf gesunder, gelenkschonender Bewegung zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems. Ich bin 60 Jahre alt und kann aus Erfahrung sagen, wer sich regelmäßig bewegt, altert gesünder und Spaß macht es außerdem. Für ein effektives und bequemes Training in den eigenen vier Wänden, unabhängig von Wetter und Uhrzeit, stelle ich Ihnen heute unseren Heimtrainer vor. Das Gerät ist speziell für ältere Menschen entwickelt. So ist z.B. der Einstieg besonders niedrig, die Bedienung unkompliziert und es gibt eine bequeme Rückenlehne. Damit ist ein Training auch im fortgeschrittenen Alter und für Menschen mit Bewegungseinschränkungen pro Venus möglich. bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! B time, bis zum nächsten Mal! her Untertitelung des ZDF, 2020